Boss, Tod von Ethan Winters bestätigt. Ich konnte die Leiche nicht bergen, aber ich hab's auf Band. Okay, kurze Zusammenfassung. Das Team und ich waren unachtsam. Gestern erfolgte ein Angriff auf Miranda, wenn sie überlebte. Wer hätte gedacht, sie könnte Leiche spielen? Hm. Miranda könnte Ethan infiziert haben. Deshalb habe ich Rose und ihn mitgenommen. Aber das Fahrzeug mit den beiden wurde angegriffen. Als ich dort ankam, waren Ethan und Rose weg. Das letzte Mal, als ich mit Ethan Kontakt hatte, hörte ich Mirandas Stimme. Sie hat ihn getötet. Und damit kommt sie nicht davon. Wann hat es endlich ein Ende? Was meinst du? Die Mission? Alles. Drei Jahre dauert das Ganze jetzt schon. Drei Jahre zu lang. Wir kriegen Sie was. Team ist startklar. Die BSA ist also schon hier. Die müssen nichts anbrennen. Planänderung? Nein, das ändert gar nichts. Miranda töten? Rose retten. Das ist die Mission. Und wir dürfen nicht scheitern. Genießen wir es, Leute. In alten Zeiten. Ausschwärmen. Roger. Okay, nein. Ich will wissen, warum die BSAA hier ist. Finde raus, was du kannst. Okay, wird erledigt. Ist schon eine Weile her seit unserem letzten Einsatz. Welcher war es noch gleich? Die Wüste? Ich habe das Beobachten satt, bin völlig eingerostet. Dafür wissen wir aber über Mirandas Pläne Bescheid. Dass sie sich in Mia verwandeln konnte, ist echt krass. Naja, fünf Treffer zwischen die Augen sind auch nicht von schlechten Eltern. Gruselig. Okay, das ist auch nice gemacht. Klar ist das jetzt irgendwie scheiße, weil wir mit Ethan die ganze Kacke durchgelebt haben und er dachte so, na geil, da kommt... Ihn wird es doch mal geben. Ich glaube ehrlich gesagt nicht in dem Teil, aber vielleicht ist er dann gegen am nächsten Teil. Sie hat ja gesagt, der Pilz wird sich um kümmern. Vielleicht habe ich deshalb auch nicht so das Gefühl so, scheiße, das war jetzt alles umsonst. Es geht ja immer noch weiter, wie man sieht. Ich habe mir zwischendurch überlegt gehabt, ähm... Moment, wenn sie sich in jegliche Form verwandeln kann, dann gilt das auch eigentlich für Chris. Ist jetzt nicht der Fall, aber möglich wäre es gewesen. Oder die Alte habe ich zum Beispiel auch nicht, die wir am Anfang vom Spiel hatten, auch nicht so auf dem Schirm gehabt, dass die das vielleicht auch hätte sein können. Was mich... Ja gut, vielleicht nervt es mich doch nicht so. Vielleicht... Warte, ich muss bloß mal den Schnellzugriff ändern, ne? Das ist jetzt oben, das passt. Was ist das? Laser-Markierung? Wofür? Also die Granaten brauche ich ja hoffentlich erstmal eh nicht. Ich wollte gerade sagen, was ein bisschen doof ist, die ganze Scheiße, die wir uns geholt haben, ne? Wo wir hätten aufwerten können. Ähm, eventuell noch, ähm, ja. Ich muss mir noch irgendeinen anderen Speicherstand lassen, wo ich viel Zeug hatte. Und den nicht überschreiben. Ich nehme am besten immer einen neuen jetzt. Ähm, weil ich weiß, da gibt es ein Trophäe dazu und die ist relativ einfach. Also die würde ich ganz gerne schon mal nehmen. So, jetzt habe ich aber genug gequatscht. Wir haben genug Money. Wir haben keine Karte. Also ab ins Blaue. Obwohl das mit Miranda töten... Schwierig. Ich... Das Problem ist, ich... Mit Chris. Chris Redfield. Wo hatten wir den? Hatten wir den noch im dritten Teil? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ich würde fast sagen, nein. Ich weiß halt auch nicht, ob der im fünften oder sechsten Teil eine Rolle gespielt hat, weil ich habe bloß bis zum vierten gespielt, die alten, ne? Und da hatten wir ja Leon gehabt. Deswegen... Ja, nicht, dass mir da irgendwas fehlt. Wo jemand dann sagen kann... Ah, okay. Das gehört auch noch zusammen und so. Ja. Hey Alpha, sieh mal. BSH. Die kennen mich nicht. Mein Gott. Das sieht ziemlich übel aus. Schon einen Plan, wie wir vorgehen? Erstmal müssen wir dieses Ding loswerden. Ich halte den Rücken frei. Dann mal los. Haltet nach feindlichen Biowaffenausschau. Neiße Geschichte. Weil... Okay. Ja. Das Ding ist... Jetzt wird es wahrscheinlich das kommen, was ich... Ich weiß nicht, ob ich das bei Resi 7 auch bemängelt habe. Zumindest für mich. Gruppe feindlicher Biowaffenausschau. Wir sind wie, als wir dachten. Okay, die fallen echt schnell. Ähm... Ähm... Äh... Was würde ich sagen? Wenn es das stattgefunden hat, habe ich es bestimmt bemängelt. Wenn nicht, vielleicht müsste ich das im Nachhinein noch machen. Aber dass wir jetzt... Das kriegen, was ich... Was ich bei Resi immer nervig finde. Und was halt immer am Ende kommt. Ich meine, jetzt ist es... Es ist leicht. Die Waffe ist relativ stark. Die können irgendwie gefühlt gar nichts. Und ich brauche hier einfach bloß durchlaufen. Aber... Wir haben jetzt wieder Horden-Geballer. Ich hasse diese Horden-Kämpfe einfach. Weil es fühlt sich für mich immer so an, wie auf der Stelle treten. Aber es sind mir nicht relativ schlecht in solchen Sachen. Ähm... Ja... Kann ich hier noch irgendwie was? Nö. Na gut. Also, wie gesagt, ist nicht so wirklich meins. Ist das... Dein da. Was ist das für ein Ding? Das ist alles. Du siehst. Du kommst dich im Jahr. Na los. Aber ich werde doch nicht... Okay, ich wollte bloß mal gucken. Bring du das mit Sicherheit nischt. Und es gibt ja nicht umsonst... Wir haben ja nicht umsonst so viel, so viel. Ich habe eine Bio-Waffe gelegt. Hey, du lebst ja immer noch. Warte, warte, warte. Ich wollte gerade sagen, ich habe noch einen zweiten gehört. Wow, Alter. Okay. Das geht. Das geht. Also bloß nicht die einfachen People hier, sondern... Aber wie soll ich denn den fucking Baum da wegkriegen, Mann? Was? Ich bin's. Bin auf Position und bereite Feuerunterstützung vor. Dauert nicht lang. Verstanden. Hinterlass im Produktionsnachschub in einem der Häuser. Bedien dich. Ja, toll. Da, wo ich nicht mehr rankomme, oder was? Nein, der Häuser. Okay, da komme ich schon mal zum... Na lull. Na ja. Ja, ich suche aber noch mal meinen Munitionsnachschub. Obwohl es eigentlich noch ganz gut aussieht. Soviel zu der Hilfe. Web habe ich immer noch nicht. Der letzte Musik zu uns noch Schub. Ich will mich bloß ein bisschen umgucken. Ich will das Haus dort finden, wo ich noch meinen Nut herkriege. Kann doch sein, dass ich jetzt schon dran vorbei bin. Ja, bitte. Alter, wo kommst du jetzt her? Okay. Das ging ein bisschen schnell. Ist der jetzt mal tot hier? Oh, fuck. Wo ist denn jetzt der letzte Sack hier, der immer noch am Rumscheißern ist? Du, ja. Ach so, da ist er noch einer. Das habe ich gar nicht gesehen. Okay, renn mal. Okay. Ah, nein. Okay, es ist noch nicht so... Mach hin, mach hin, Mann. Der guckt dich komisch an. Es ist noch nicht so... Es ist noch nicht so nervig, wie es sonst immer der Fall war. Aber mir geht die Muni langsam aus. Warte mal. Habe ich noch irgendwas anderes? Was ist denn das? Ach so, Arznei-Spritze. Deshalb will ich halt die Hütte finden, oder? Alter, das ist der Weg zur Hütte, wo der Munitionsnachschub ist. Warum passen da mal bloß 30 rein? Okay, warte mal. Hütte, 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 Hütte. Mache ich das richtig? Okay. Okay, er hat noch ein bisschen größeres Kaliber, hätte ich nicht gedacht. Ich habe aber die scheiß Bude noch nicht gefunden, Mann. Das ist doch nicht dein Ernst. Hä, warum zum Fick habe ich jetzt Einzelschuss? Würdest du mich verarschen? Ach so, ich habe die falsche... Oh, ich habe die falsche Waffe. Ja, lad im Hohen nach, lad im Hohen nach. Boah, na toll. Au. Das ist ja... Ja, das ist schön. Ich habe aber irgendwann... Ja. Wow, fuck, Alter. Wo kommt denn der? Lass dir Zeit. Lass dir Zeit. Die ziehen hier aber auch nicht wirklich viel ab. Und ich habe keine Munition mehr. Warte. Äh. Ja, toll. Ha. Hat aber zum Glück noch gereicht. Ja, Mann. Warte, 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 warte. Was ist das hier? Okay. Aua, aua, aua. Okay, der trifft ganz klar nicht. Kommen noch größere Viecher. Natürlich kommen noch größere Viecher. Alter, lass dich nicht so feiern mit der scheiß Handgranate. Oh Gott, das sind ja... Scheiße, ich dachte, ich komme noch gerade vorbei. Warte, au, au, au. Lass mich, lass mich, lass mich, lass mich, lass mich, lass mich. Ich... Okay, aber ohne Muni wird es langsam echt... Echt rotzig. Ich habe das Haus halt wirklich verpasst, wo ich Munitionsnachschub hätte gekriegt, oder? Boss, der Mega-Mythet befindet sich unter Tage. Bin auf dem Weg. Ne, Mann, lass mich erst mal hier rein, damit ich... Toll. Das Ding ist, ich habe ja hier alles schon durchsucht, auch mit Dings, mit... Ethan. Scheiße, dass ich keine Map habe. Ich habe mich vielleicht zu sehr darauf verlassen. Ähm. Ich meine, die Handgranaten haben mir im Endeffekt noch ein bisschen den Arsch gerettet, aber... Ich brauche Munition, Mann. Das ist... Habe ich hier überhaupt noch was? Lol. Einen Magazin. Warte, warte, wir gehen gleich weiter. Ich habe gesagt... Ich hätte ja gedacht, da wo... Oh, lol. Doch, da wo grün ist. Hätte man sich eigentlich auch denken können, oder? Man hätte sich's auch denken können. Okay. Äh, ist unter Tage. Warte mal. Komme ich über die Kirche da rein, oder? Oh. Okay, gut. Vielleicht komme ich auch direkt rein. Ich habe einen Eingang gefunden. Gehe jetzt rein. Ihr bleibt zurück. Boss. Ich habe den Pilz mit einer Probe aus dem Haus der Bakers verglichen. Es gibt keine Anzeichen für Genome-Mediterien wie bei der E-Serie. Das Zeug stammt von hier. Okay. Wenn das Zeug von hier stammt. Ist es dann bei den Bakers erst rüber? Aber nee, Quatsch. Die haben ja gesagt, das ist ja nicht... Okay, doch wieder was Neues. Ich dachte, das würde irgendwie zusammenhängen. Er hat ein neues Spielzeug. Er hat ein neues Spielzeug. Oh, fuck. Ach, nee. Es wäre nicht das Beste jetzt, nur das auszuprobieren, oder? Kann ich hier hoch? Nein, kann ich nicht. Kann ich ihn? Kein Zugriff. Toll. Ich kann mich kaum bewegen. Würdest du mich verarschen? Renner, 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 renner. Ah! Okay. Das Ding ist, ich hebe... Nicht wundern, ich hebe mir das extra auf. Für später noch. Wir haben nicht umsonst... Okay, markiere das Ziel per Laser. Shit. Okay, okay. Das ist meine Chance, das ist meine Chance. Lass dich bloß nicht treffen, Mann. Aber bringt mir denn das überhaupt was, auf ihn zu schießen? Eigentlich nicht, ne? Ich muss ja bloß warten. Okay, noch einen Schlag können wir. Dann wollte ich sie nicht. Komm, komm, komm! Okay, das bringt, glaub ich, nichts. Okay. Hä, kommen wir jetzt... Okay, wir gehen weiter, aber wo lang? Kriegen wir jetzt noch einen Händler? Warum kann ich das mitnehmen? Ich meine, das kann ich nur verscheuern. Gut, das kann ich mich bei Heisenberg genauso fragen, weil danach kam kein Händler mehr. Wo ist dann Mia? Denke nicht, dass Miranda sie noch brauchte. Nee, nee, wir... Ich blick das alles nicht. Wie konnte Miranda von Rose wissen? Hat's auf Modalix gelesen vielleicht? Dafür haben wir später Zeit. Jetzt hat die Mission vorrat. Toll. Da ist er, der Megamycet. Alpha Anthem. Ich bin jetzt bei Megamycet. Dann können wir das Ganze endlich beenden. Oder aber auch Zeit. Ein Zweisprengsatz platziert. Genug, um das ganze Dorf hochzujagen. Hauen wir ab und machen der Scheißkampf platt. Nicht, bevor Miranda tot ist. Ich gehe kein Risiko mehr ein. Ich gehe rein. Okay, viel Glück. Boss, ich habe freie Sicht auf Miranda bei der Zeremonie. Abstand halten. Niemand hört sich ohne meinen Befehl. Ich weiß, es ist zu spät, aber... Wir hätten Ethan in den Plan einweihen sollen. Dazu war nicht die Zeit. Und Miranda wurde früher aktiv als erwartet. Trotzdem, du hättest es ihm sagen sollen. Ja. Ja, das Ding ist, damit haben wir aber eine schöne Grundlage geschaffen für den neunten Teil. Ähm. Gehe ich jetzt schon mal davon aus. Okay, wir gehen rein bei der Zeremonie, aber... Gibt es noch jemanden? Also, auch wenn ich jetzt vielleicht predikten würde, in... Äh... Wenn das kommt, ich werde mich wahrscheinlich eh nicht dran erinnern. Oder es wäre schön, wenn man sich dran erinnert. Egal. Aber wenn die sich in jeder erdenkliche Form verwandeln kann, gibt es jemanden in Chris' Leben, der ihm absolut wichtig ist, den er vielleicht verloren hat oder so, gegen den wir jetzt dann kämpfen müssen. Also, dass die sich in den verwandeln. Das wäre auch eine geile Geschichte. Ich meine, ich bin da nicht so involviert, aber... Na, ihr wisst, was ich meine, ne? Das muss Mirandas Labor sein. Vielleicht will ich auch einfach bloß, dass es ein bisschen mehr Psycho ist. Na. Oh, kann ich das alles lesen? Ne. Oder doch? Doch. Okay, Proband Salvatore... Moreau. Oder so ähnlich, ne? Äh, Kadu-Kompatibilität schlecht. Hundenfunktion unerwartet schlecht. Das Kadu hat beim Probanden drastische Veränderungen an inneren Organen hervorgerufen. Es haben sich ähnlich wie bei Fischen, Kiemen und eine Schwimmblase ausgebildet. Aufgrund seiner irregulären Zellteilung verwandelt er sich von Zeit zu Zeit in einen riesigen Fisch. Proband ist nicht in der Lage, diese Mutation zu kontrollieren. Zu viele Mängel als Hülle für Eva nicht geeignet. Eva? Der Name kommt mir irgendwie bekannt vor. Hatten wir... Im siebten Teil? Das ist halt auch schon zu lange her. Das ist das Blöde, ne? Und da hilft mir die Zusammenfassung am Anfang auch nicht so wirklich. Okay, Proband. Alcina Dimitrescu. Kompatibilität körperlich äußerst gut. Hundenfunktion normal. Äh, äußert hohe Regenerationsrate. Probanden heilt äußere Wunden in Sekunden und kann ihre Nägel ebenso schnell zu Klauen verlängern. Die rasche Regeneration geht außerdem mit einer größeren Körpergröße einher. Hinweis. Wegen einer vererbten Blutkrankheit muss die Probanden ihrem Körper regelmäßig menschlichen Fleisches und Blut zu führen, um ihre Regenerationsfähigkeit aufrechtzuerhalten. Ich vermute, dass ein gestörter Regenerationsprozess eine unkontrollierbare Mutation zur Folge haben könnte. Alcina für Eva nicht geeignet. Wahrscheinlich hat sie in Rose jemanden gefunden, der, äh, Alcina geeignet ist. Ich wollte gerade sagen, nee, es sind vier Bücher. Okay, dann müsste das unsere kleine Krank... Nee, das ist Heisenberg. Äh, Karl Heisenberg, äh, Kadu-Kompatität, außerordentlich gut in Funktionalität, normal besitzt elektronische Organe wie die eines, äh, Zitterrochens. Die Organe sind an das Nervensystem des Probanden angeschlossen, wodurch er in der Lage ist, Elektrizität durch seinen gesamten Körper zu leiten. Kann so Magnetfäller kontrollieren und Metall beliebig umher bewegen. Herausragender Exemplar, aber als Hülle für Eva nicht geeignet. Und wahrscheinlich unsere liebe Tante mit dem, mit der Popper, auch eher weniger geeignet. Proband Donner, Benevento, Kompatibilität, gut, Hirnfunktion, normal, aber schwere Geisterkrankung. Körperlich nicht von Menschen unterscheidbar. Sie kann allerdings eine signaltragende Substanz ausscheiden, mit der Mutamiziden infizierte Pflanzen kontrolliert werden können. Ist außerdem in der Lage bei Menschen, die eine bestimmte Sorte Pollen einatmen, Halluzinationen auszulösen. Ach da, okay, da kam die also her. Probandin ist jedoch geistig unterentwickelt und hat ihr Kadu an ihre Puppen verteilt, um sie aus der Ferne kontrollieren zu können. Als Hülle für, ja, trotzdem schlau gemacht, auch wenn sie halt relativ, naja. Ähm, die Sache ist nur, Probandin für Eva, sie hat ja gesagt, na, sie wird, äh, die leibliche Mutter irgendwie, werden oder so. Niiiihihi. Ähm. Damit kontrollieren sie also die Biowaffen. Okay. Also, dass unsere Tochter dafür da ist, dass sie ihr gewünschtes Kind oder so irgendwie austragen kann. In Ordnung. Äh, warte, hier haben wir nichts. Ich will halt nichts übersehen, ne? Das kommt mir bekannt vor, aber nicht aus dem Spiel. Warte mal, haben wir auf der Rückseite was? Ne. Ah, Miranda. Ich bedauere zutiefst, sie auf so unpersönliche Weise kontaktieren zu müssen. Leider bin ich im Moment sehr beschäftigt, aber ich hoffe, dass ich irgendwann noch einmal die Gelegenheit bekomme, ihr Reizendorf einen Besuch abzustatten. Wobei ich mir nicht anmaßen möchte, zu behaupten, eine Unsterbliche wie sie würde sich überhaupt an einen halb im Schnee verreckten Medizinstudenten wie mich erinnern. Ich habe die Offenbarung, die mir während meines Besuchs in jemandem Dorf zuteil wurde, immer in Ehren gehalten. Ihre Forschungen waren sehr inspirierend für mich. Ich halte es für visionär, dass man einen Mensch mit einem Organismus infizieren und so verwandeln kann. Ich wusste, dass ich mit diesem Wissen meine eigene Vision für die nächsten Schritte in die menschliche Evolution würde weiterentwickeln können. Zu sehen, wie die Menschheit selbst nach zwei Weltkriegen sich auch heute noch wieder um... Was? Wieder und wieder ins... Warte. Zwistigkeiten verrennt, bestärkt mich nur in meinen Bestrebungen. In den vielen hochinteressanten Gesprächen, die wir Abend für Abend führten, wurde mir jedoch auch bewusst, dass sich ihre Überzeugung von der meinen unterscheidet. Sie wollten eine einzelne verstorbene Person zurückrollen. Ah, okay, deshalb. Ihre eigene Tochter verloren, vielleicht sogar eine Todgeburt und deshalb. Okay. Ich wollte die Welt verändern. Ihre Experimente mit dem Pilz erfüllten nicht die Anforderungen, für die sie exponentiell ausbreitende Infektionen, die ich anstrebe. Ein Virus war dafür besser geeignet. Das war der Grund für meine unvermittelte Abreise. Ich bereue noch heute, ihn nicht lebewohl gesagt zu haben. Aber ich schweife ab. Eigentlich wollte ich Ihnen Neuigkeiten überbringen. Ich habe den Schlüssel zur Evolution gefunden. Progenitor. Ein in Afrika heimischer Virus. Ich habe vor, mit Freunden und Kollegen eine Firma zu gründen, die das Virus erforscht. Sie wird Umbrella heißen. Nicht nach dem Regenschirmsymbol aus der Höhle, über das wir sprachen. Ah. Ich weiß nicht, ob das überhaupt mal irgendwann erklärt. Das Symbol war halt immer bloß da, ne? Und es passt halt zu einem Regenschirm. Aber schön, dass hier mal aufgeschlüsselt wird, woher das kommt. Ich weiß nicht, ob das früher schon mal stattgefunden hat, aber ich kann mich ehrlich gesagt nicht erinnern. Ein weiterer Schritt zur Verwirklichung meiner Vision ist also getan. Ich hoffe, dass auch Sie eines Tages Ihr Ziel erreichen werden. Sie haben mich so viel gelehrt. Dafür stehe ich auf ewig in Ihrer Schuld. Herzlichst auf ewig, Ihr Schüler Oswald E. Spencer. Da ich das nicht im Kopf habe, was in älteren Resentibel-Teilen passiert ist, also nicht so wirklich, zumindest nicht mit der Hintergrundperson oder warum das überhaupt und so. Ich dachte am Anfang immer, es wäre irgendwie ein Unfall, aber, ne? Oswald Spencer. Also ich finde das cool, dass doch mal so die Brücke geschlagen wird zu dem Entwickler dieses Scheiß-Virus, der mal dann rausgekommen ist, ne? Ihr? Ich glaub's nicht. Ja, doch, doch. Okay, das war sie mal, ne? Und das war ihr Forschungsteam. Nehme ich mal stark an. Obwohl der... Der zweite? Von rechts? Die Kopfhörm ist komisch. Verändert. Okay, und das war sie mal, denke ich mal, ne? Früher. Nein, warte, das wollte ich. Äh, meine geliebte Eva. Es ist jetzt 100 Jahre her, seit die spanische Grippe dich mir wegnahm. Die ist halt wirklich unsterblich, ne? Ich war so hilflos damals, aber jetzt kann ich dich mithilfe des Megamyziden wieder zu mir holen. Ich muss die regenerativen Fähigkeiten deiner neuen Höhle testen. Dazu habe ich sie zerteilt und sie dann im Kelch des Giganten, dem Regler des Megamyziden, wiederbelebt. Was jetzt noch fehlt, ist sie mit dem Megamyziden zu vereinen. Endlich kann ich die Zeremonie beginnen. Nachdem du von mir gegangen warst, war ich von solcher Trauer erfüllt, dass ich in eine Höhle wanderte, um zu sterben. So sehr wollte ich wieder bei dir sein. Und da habe ich ihn gefunden, den Megamyziden. Es war reiner Zufall. Ich berührte ihn und mein Geist wurde über und über mit Wissen erfüllt. Der Megamyzid spaltet das Bewusstsein der Verstorbenen auf und absorbiert es. Ich wusste, dass auch dein Bewusstsein darin sein musste und dass es bedeutet, dass ich dich wieder zurückholen könne. Können, doch können. Ich brauche nur eine geeignete Höhle. Nachdem ich ins Dorf zurückgekehrt war, pflanzte ich den Dorfbewohnern den Pilz aus den Megamyziden ein. So konnte ich sie kontrollieren und für meine Experimente benutzen. Ich habe es an Hunderten ausprobiert, nur um die perfekte Höhle für dich zu finden. Ich habe sogar versucht, sie die Suche zu beschleunigen, indem ich einen Parasiten namens Kadu erschuf. Aber keines meiner Experimente war von Erfolg gekrönt. Es gab ein paar wie Althena, die nahezu perfekt waren, aber die meisten verwandelten sich in Lycans. Einmal wurde ich von einer Organisation kontaktiert. Sie sagte, sie würde mir helfen, also gab ich ihnen etwas von den Pilzen und deine DNA. Aber auch sie haben nur einen weiteren Misserfolg in die Welt gesetzt. Evelyn Doch die Zusammenarbeit hat auch ihr Gutes. Dank ihnen erfuhr ich von Rose. Ich wusste, sie wäre die perfekte Höhle. Mein Plan verlief nicht ohne Zwischenfälle, aber ich konnte mich von ihrer Tauglichkeit überzeugen. Jetzt ist meine Forschung endlich abgeschlossen. Ich habe so lange darauf gewartet, dich wiederzusehen, Eva. Dadurch kam Evelyn zustande. Ich lasse das jetzt einfach mal so stehen. Ich will ja nicht irgendwie was. Okay, wenn ihr das schon seit Jahrhundert macht, dann muss sie den Pilz aber auch schon seitdem her gefunden haben. Also, geht es hier noch irgendwo hin? Ach nee. Das sind ja vielleicht auch die alten Fotografien. Wir haben ja kein Datum oder so gesehen, glaube ich. Von 18 irgendwie noch was. Aber damals vielleicht wissenschaftaffin, wusste aber noch nichts damit anzufangen. Beziehungsweise war es ja damals noch lange nicht so weit gewesen. Sie wollte sterben, hat das Ding berührt, hat es halt damals vor hunderten Jahren schon gefunden. Und seitdem rumexperimentiert, um ihre Tochter irgendwie wiederzuholen. Irgendwie dabei ihr zu sein. Also auch eine persönliche Agenda bei dem anderen Oswald. Ja, der wollte ja nächste Evolution starten. Naja. Ja, alles so aus eigenem Antrieb. Also, ja. Okay, eine Karte habe ich immer noch nicht. Wir müssen hier, glaube ich, durch. Nimm die Hände hoch! Amber Isier Alpha, bestätige Mirandas Position. Noch bei der Zeremonie. Was auch immer sie tut, sie rührt sich nicht. Mein Gott. Du bist es wirklich. Wie kommst du hierher, Mia? Mia, geht's dir gut? Sie haben ein paar Experimente gemacht. Warte mal, Mia. Mia Winters. Genau die. Wie sieht's da oben aus? Hier geht's mächtig ab, aber wir kommen klar. Konzentriert bleiben. Weiter nach Plan. Ich gehe in Richtung Zeremonie. Warte. Nimm mich gefälligst mit. Du hast es versprochen. Du hast gesagt, du beschützt uns. Wir haben doch alles getan. Wir sind hierher gezogen. Alles. Und es war mir egal. Solange wir es zusammentun. Aber jetzt sag mir. Wo ist mein Mann? Wo ist meine Tochter? Ich vermischt. Warte. Warte. Ich konnte nichts tun. Aber Rose kann ich noch retten. Komm. Hier wird es zu gefährlich. Was meinst du mit Furt? Er ist tot. Tut mir leid, aber wir müssen hier weg. Wir müssen dieses Dorf zerstören. Nein! Du irrst dich! Ich wollte es geheim halten, aber... Du verstehst nicht, wie besonders er ist.